Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass Deutschland da mehr investiert in die Entwicklungshilfe in Afrika. Ja, ich glaube schon an die Entwicklungshilfe. Doch, wenn wir es gezielter einsetzen würden, wäre mehr Entwicklungshilfe machbar. Wenn Sie mich so fragen, glaube ich an Entwicklungshilfe und an Ihren Erfolg. Ich glaube, die Entwicklungspolitik von Deutschland ist einfach ungenügend. Ich glaube, Deutschland tut eine ganze Menge dafür. Deutschland hat sicher eine große Verantwortung in diesem Bereich. Vom Start her würde ich sagen eher ein bisschen weniger. Alles, was langanschaltend ist, das kann man im Prinzip erst mal unterstützen. Ich weiß es nicht, was da passiert, gerade Afrika. Ich weiß es nicht. Deutschland sollte sich in Afrika generell mehr engagieren. Nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa, die ganze Welt. Es ist gut, dass sich Deutschland bemüht. Es ist auch über die Jahre vieles gemacht worden. Und wir haben hier und dort Impulse gegeben. Ich hoffe, dass die Zukunft in Afrika rosiger aussieht, als sie es heute ist. Ich weiß aber auch nicht, wie das geschehen soll.